Die Trampe hier, hau da ab du Scheiß, Foyuma. Äh, das war nicht gut, weil das greift dich nämlich an. Oh Scheiße, okay. Alle drauf. Okay, die sind schlauer, die Viecher, als wie immer Hack. Der Axt. Hab ich. Okay, die sind echt schlau. Ja. Äh, Shadow, hier liegt der Hut. Was ist das? Ach, vergammeltes Fleisch oder was? Oh mein Gott. Die haben voll dir diese Köpfe. Ja, stimmt. Alter, was für Köpfe habt ihr? Ja, Shadow, hier ist der Hut. Ja, warte. Dankeschön. Brauchst du noch was? Ne, ne, ich brauchte nur Hut. Ähm, wo ist denn, äh? Wo ist der Hut denn jetzt? Irgendwo im Inventar. Äh, nö. Hä? Aber ein Dodo getötet. Ne, ich hab irgendwie, wird der Hut mir nicht angezeigt. Äh, doch der sieht halt komisch aus. Äh, Raptor, Raptor, Raptor. Äh, echt jetzt? Ja. Da oben, beim Bronto. Oh, weg da. Ich glaub, den schaffen wir nicht. Raptor Level 20. Hm. Kann man das auch finden, das, äh, Dings? Per Range? Ne, nur Demolish. Hä? Ja gut, dann machen wir Demolish hin und lassen uns weiter laufen. Du musst das Zeug ja noch mitnehmen. Ich hab das da rausgenommen, er hätte nur... Achso, okay. Ich hab zwei Terranode und Eier. Ehrlich? Ja. Aber mich greift niemand an. Okay, gut. Gut, wo waren wir hin? Mir egal. Ähm, wir hast doch ne Quest wär eigentlich ganz gut, oder? Aber ich mach mal hier eben kurz so nen Hasen. Was? Put taming food in last... Achso! Ach, du brauchst kein... Du willst jetzt nen Hasen nichts ziehen. Was ist das immer? Biomagic Core... Was ist denn das? Natureberry. Nimm mal ein Natureberry, so. Ich hab'n... Hätt'n... Hätt'n sowas angekommen. Ich hab'n... Firefly gezählt. Ich hab'n... Ich hab'n... Firefly gezählt. Wir werden eh noch Tiere sterben. Ich... Mit Tiere sowas erst dann zähmen. Äh... Ja, aber den kannst du mitnehmen. Guck' mal, ich hab was auf der Schulter! So egal. Ich hab' immer Licht! Hä, was hast du? Ich hab' immer Licht, ich hab' was auf der Schulter. Du siehst irgendwie komisch aus, Pirno. Ich hab'n Schnuller. Hahaha. Finde ich sehr hübsch aus. Sag, dass ich hübsch aus sehe. Ja, ich hab'n Hasen. Da kann man nicht reichen. Dahinten müsste auch noch unser Dodos sein. Da ist auch noch ein Dodo, guck. Liegt im Auge, dass du trachtest. Danke. Nein, sag es. Sag, dass ich hübsch aus sehe. Wunderschön. Danke. Okay. Ich glaub' den Dodos lass mal da, der ist zu langsam. Okay. Töt'n! 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 Puh! Du bist zu langsam, du musst sterben. Wo sieht man denn das Leben? Ach, das Leben ist da unten. Okay, dann pass' auf. Er hat doch ein Schwein, warum wir noch ein Schwein schaffen? Ja, der hat mir jetzt viel Leben abgezogen. Ja, der ist aber Level 20, das ist das. Ich bräuchte mal ein bisschen Wasser, warte ich muss mal zum Wasser gehen. Ich hab'n Schwein getötet. Hinter ist mit dem, äh, ich würd' lieber scrollen. Wo ist scrollen? Statt. Naja. Wegen, wegen First und Third Person. Na, PT muss man bestimmt betäuben, wa? Denk' ich mal auch, ja. Möchte jemand noch einen, ein Rabbit auf seinen... Ich find' die haben voll die gruseligen Augen. Ja, die haben auch riesige Köpfe, ne? Ja, hier. Hier, äh, der Dodos läuft noch hinter euch hier. Ja, hinter mir. Lass ihn doch. Ja, Dodos, du wirst sterben. Ja, das Entgramm sieht auch cool aus. Was zum... Als ob. Hast du jetzt nen Turm, oder was? Hehehe, die sind die Bremer Stadtmusikanten. Ja. Boah, wie satte die jetzt, der? Ja, die, gecrafted. Ja, die kann man sich craften. Der kostet, glaub' ich, gar nicht so viel. Wo war'n das? Äh... Ah, okay, ja. Ja, ich hab' 5. Ja, komm, dann lass uns jeder auf'n... ...Fetzig, äh, 10 und dann... Äh, äh... Ja, rein, wir los. Gän Sonnenuntergang. Ja, da brauch' ich aber auch einen. Ja, da musst du einsuchen. Ja, den hast du schon. Kann ich auch hier das Spike nehmen. Ne, das ist Level 30, hab' ich schon geguckt. Da hinten ist einer. Ah, Level 35. Ich find' das mit mir total ein bisschen... ...komisch. Ja, man gewöhnt sich dran, oder? Es ist aber eher die nächste. Ja, vor allem auch die Umstellung von dem alten Arc-Menü zum neuen. Das hat mir auch im ersten Moment nicht gefallen. Ne, das fand' ich gut. Dann kam' ich damit zurecht und jetzt find' ich's auch besser als das alte. Äh, ist das Lagerfeuer noch da? Ne, ist kaputt. Oh, Mann. Schildkröte! Ja, aber ein neues Quart. Ich wünsch' euch denn noch viel Spaß. Ich geh' jetzt aufspielen. Dankeschön. Ja, tschüss. Ja, auch viel Spaß. Ciao. So. Ein Woodenchair kann ich machen. A wooden spike? Ah ja, auch hier. Und gucken, Port Morton fest. Ich will das von Sattel machen. Taylors Workbench kann man auch schon machen. Ja, du brauchst'n Sattel, ich kann dir noch einen kaufen. Ja, ich hab' schon einen. Natürlich, ich hab' jetzt noch einen. Ich hab' jetzt noch einen. Wo waren das? Wo waren das? Wo waren das? Ähm. Ach, sag' schon. Äh, nicht den Stein, sondern das andere. Ah, da hinten. Oder? Ich hab' jetzt eine Stein-Axt. Äh, Stein-Picke. Ey, ich kann von dem Pari abbauen. Was kann's? Oh, Raptor. Oh, Raptor, Raptor. Äh, wo seid ihr denn jetzt? Man kann von dem Pari aus die Spitzhacke zücken und so weiter. Ja gut, es ist genauso wie beim, wie, wie auch. Du kannst auch so da mit links, rechts, kannst du dann... Drück mal rechts um Aus-Taste. Ja, da gibt's'n Vollgas, Jungen. Ja, das ist der Angriff. Und man kann rückwärts springen. Oh, cool. Wo, wo waren jetzt nochmal das mit dem, mit dem... Ding? Ja, das ist, äh, Toxicist ist aber Early-Exit. Und Aqua auch, äh, genauso. Ja, aber ich glaube, das hier ist von der Performance-Serie schon viel besser als das, was... Ja gut, das ist ja, glaube ich, auch grafisch nicht so ansprechend. Ja, doch, doch. Ich hab's auf 4K. Und hab 45... Ja, 45 bis 50 FPS. So, wir sind mobil, wo wollen wir hin? Da, wo das Ding war, das, ähm... Da müssen wir in eine andere Richtung. Stein war... Ja, in der Richtung müssen wir geradeaus. Bisschen rechts, ne? Ja, und jetzt geradeaus. Ah ja, da, nur noch Stamina zu jump, ok. Da ist ein Petri in der Höhle. Das Ding. Das Loch. Das Loch, was ihr da gemacht habt. Ich habe übrigens schon besseres Abfarben-Material. Oh fuck. Ich habe schon Steinspitzhacke und Steinaxt. Ja, genau. Deswegen will ich das mal probieren. Ach, Mann. Ich wollte ihn töten. Ne, damit geht es auch nicht. Wir schreiten hier schon wieder. Können wir mit Kreis machen? Ja, in den Danchen mit den Viechern. Also, damit kannst du es auch nicht abbauen, ja? Ne. Oh, ich bin, glaube ich, überladen. Kann das sein? Echt? Man kriegt ja so viel Wait. Nee, ich bin nicht. Warum bin ich so lang? Ach so. Ja, ich habe das Wait. So gesagt. Ich glaube, den anderen Job, der... Oh wow. Du gesagt hast, das Wait. Ich habe jetzt Kupfer bekommen. Echt? Ja. Womit hast du das aufgeschlagen? Ja, mit der Picke. Hat's... na... Du folgst ja dir, der. Ah, ja. Okay. Wollen wir uns einfach mal in den Berg reinbauen? Ach, das ist Dreck. Okay. 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 genug Kupfer. Wir müssen erstmal gucken, was man damit machen kann überhaupt. Ja, wahrscheinlich können wir damit auch gar nichts machen. Gucken wir nochmal. Als erstmal habe ich ein Level Up. Engram. Ich fahre lieber Dreck, das geht schneller abzubauen. Hehehe. Super. Woodgate. Okay. Wir können im Prinzip nur... Paintbrush. Oh, okay. Okay. Slingshot. Parasaurier-Sattel. Theomia-Sattel. Ah, guck mal. Du kannst links, wenn du in Engrams bist, kannst du links noch die einzelnen Bereiche aufklappen. Wir sind jetzt mal im primitiven Skill. Darunter kommt dann Metall, dann kommt Industriell, dann kommt Magie und dann kommt Architektur. Okay. Aber Metall fängt halt mit Level 20 erst an. Aber in diesem Skillbaum hier kann ich ja bis Level 55 skillen. Du kannst wahrscheinlich dann parallel... Ab 20 kannst du halt auch da noch parallel Ding machen, weißt du? Okay. Ja, gut. Dann müssen wir uns jetzt entscheiden, wollen wir jetzt hier irgendwas bauen oder wollen wir... Ähm... Ich würde gerne mal eine Quest machen. Ja, das finde ich auch gut. Ich möchte wissen, was man da sieht. Äh, was man, was man bekommt. So, dann machen wir nochmal ein Wait. Da hinten leuchtet was blau. Das ist aber im Prinzip... Das ist glaube ich die Crafting Quest dann. Äh, wo wollt ihr... Wo wollt ihr denn... Wo... Stopp mal kurz bevor ihr jetzt losgeeiert. Wo wollt ihr denn, äh... Wollt ihr hier am Wasser bleiben? Ich würde vielleicht einfach erstmal erkunden, oder? Ja, aber irgendwo mal ein Bett bauen, sonst haben wir hier bald überall Tiere rumstehen und... Das ist doch scheißegal. Das ist doch völlig egal. Ja... Na... Wann dann? Die Natur nimmt sich die wieder zurück. Ähm... Ihr könnt Wasserflaschen machen übrigens, gern. Echt? Ich möchte auch eine. Ich weiß noch nicht, wie ich die befülle. Ich möchte eine volle. Ich möchte auch eine Insel auf dem Meer bauen. Äh, ein Meer auf dem Insel bauen, oder so rum. Oder wie auch immer. Ich würde sagen, einfach hier rein und dann auf die drei. Entsprechend bei mir neun. Aber geht nicht. Ja, geht nicht. Okay, warte. Okay, warte, Tricks. Can be used to carry a large amount of water with you. Be careful as it is leaky and will need to be refilled from time to time. Ja, aber wie... Wie refille ich das denn? Rechte Maustaste gibt's nicht. Ich hab Clay gefunden. Aber wenn ich jetzt unter Wasser bin? Auch nicht. War der Level 4er meiner? Ja. Okay, der Level 4er war meiner. Warum sehe ich mich in so'n Scheiß? Äh... Hab ich's jetzt geschafft? Ne. Alva. Die Bilder. Die Bilder. Wenn du da auf dem Tier dran guckst, guck mal bei dem, ähm... Ding. Bei welchem Ding? Beim, äh, Patchy. Wie das Bild aussieht. Ja. So, als ob's Höhlen... Als ob's Höhlen... Als ob's Höhlen... Als ob's Höhlen Menschen... Ding. Shadows war übrigens meiner, aber wenn du willst kannst dann... Ne, das war nicht da. Das war meiner. Doch, weil da hab ich... Guck mal, da hab ich Zeug rein. Ja, wieso... Wo ist der meiner? Der 25er ist da ja. Ne, meiner war 27. Ne, meiner ist 35, mein Rambo. Äh... Warum... War deiner wohl 25? Okay, komm, wir haben hier ne Quest. So... Von Not kannst du dir ja den 26-Gerchen nehmen. Wollte ich nicht grad, wollte ich grad gucken, ne, ne, ne. Äh, muss ich mir aber erstmal Bären rausfahren, warte mal. Ach ja, der bewegt sich. Ich will jetzt mal meinen Scheiß... Paper schon machen. Was passiert mit meiner Game Out? Ne, mach nicht bitte. Ne, ich mach bitte. Jo, du hast mal... Das hier ist ne Abbau-Quest anscheinend. Habt ihr jetzt oben rechts ne Quest? Ne, musst du glaub ich hier das selber machen. Darf ich mir vielleicht erstmal, äh, Trinkflasche machen? Ja, mach mal. Craft a Stone Pick. Hab ich doch schon. Ja, muss jetzt nochmal wahrscheinlich. Ja, hab ich geschafft. Äh... Naja, gut. Oh, es gibt ne Kiste! Das? Ah, okay. Und jetzt kann hier... Kann ich hier erstmal keine Quest annehmen, bis dieser Timer runtergelaufen ist in zwei Stunden. Gut, ich camp jetzt hier zwei Stunden, dann nehme ich die nächste Quest an. Sag mal, wie soll ich noch mal was essen? Ach so. Ich hab... Die Taste drücken. Also in deine Optionsliste, um die Taste drücken. Ja, 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 ja. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Also T funktioniert. Das hab ich jetzt grad instinktiv gemacht und es funktioniert. Geht auch U? U geht, ja. Ich mein... Ich mein Tee zum Transportieren. Äh, zum zum... Also, weißt du? Ins Inventar und... Und vom Inventar zurück. Wo ist mein... Normales Fleisch? Weg. Ich hab nichts mehr zu essen, glaub ich. Dann nehm ich halt Bären. Das Scannen ist voll cool. Das ersetzt, denk ich mal, das, äh, Spy-Glas. Nimmst du den 25er? Seto? Warum pikst denn du auf dein Tier ein? Äh, das stimmt bei dir nicht. Das stimmt bei dir nicht. Das nimmt kein Schaden. Ja. Ja. Ja, toll. Müsst du auch folgen mit. Einfach freilassen, kannst du auch. So nicht. Jetzt hast du den Pixelblock, oder? Ja. Leveln. Mal hier. Ach guck, das kann man sich dann bestimmt in die Bude stellen. Du kannst es da einfach mitnehmen, dann. Das wäre auch ne Idee gewesen für den Dodo. Wo sind der? Der ist weg, ne? Warte mal, dann mach ich den Hasen da hinten. Okay, pass auf. Komm mal mit. Wir machen mal eben noch die Quest hier hinten auch. Damit wir die auch haben. Okay, gut. Also. Stau und cool. A stone pick helps your manufacturing expect difficulty in stone pick. Ja. Hab ich doch. Ja. Dann musst du noch mal quaffeln. Ja, ich hab ich grad zweimal gequaffelt. Und dann musst du hier noch mal hingehen und... Achso, ja. Erst mal accepten. So, ja. Toll. Ja, ich muss die erst annehmen. Hab ich doch bei mich, steht da eine Seite. Dass ich die hab. So, und dann musst du wieder hin und zum Mit-Quest. So, gut. Ja. Ja. Boah, der ist 56. So, jetzt hab ich nen Patchy-Sattel rausbekommen oder was? Ne, du warst wahrscheinlich nen Patchy. Ne, nen Patchy-Sattel hab ich da rausbekommen. Echt? Okay. Ey, ich hab doch die scheiß Ding, die du grad gecraftet. Firestone-Powder? Kiten? Da hab ich nochmal. Oh, die sind so schön die Leute.